hallo liebe blumifreundinnen und freunde es ist soweit training online ist eröffnet gut es hat lange gedauert aber mein ziel war auch dass es so einfach und leicht für euch rüberkommt ja und da habe ich ein schönes portal gefunden kochi und dort konnte ich alle meine übungen hochladen ich habe alle meine übungen selber vorgetragen ja so dass ihr mich persönlich seht wie ich sie ausführe gleichzeitig ist daneben die animation ja wie ihr meine übungen bisher so kennt also ich und die animation und alles mit musik und mit rhythmus ja wie die blumen übungen sind und wie gesagt ihr könnt mir ins gesicht schauen oder auf den körper je nach übung ich bekam ja immer mal wieder so anfragen ob ich nicht auch mal kurse in hamburg geben kann oder in münchen oder in irgendeinem anderen ort sogar aus österreich kamen da schon anrufe ja kann ich aber der aufwand ist riesengroß wenn ich persönlich hinkommen nun kann ich persönlich hinkommen und dank internet in die ganze welt so sie blumen training machen wollen was bekommt ihr hier ihr bekommt über 60 übungen blumen übungen fürs gesicht für den kopf und für den ganzen körper zur verjüngung und revitalisierung und zum aufbau mal ein beispiel was man so schaffen kann jetzt nicht erschrecken liebe kinder macht das nicht nach und kinder können das ja noch aber je älter man wird desto mehr wird der nacken steif sagt man das heißt die musken verwosten das ist immer so ein zeichen wo ich dann sagen kann da geht es hin das ist ein kalkball ja und das ist es dass ein gummiball das ist so ein flummi das wollen wir weiterhin behalten sowohl am hals am nacken das decolleté soll schön glatt sein der hals soll schön glatt sein die wangen sollen glatt sein ja wir wollen gut gucken können wir wollen gut hören können die haare sollen gut liegen all das wird mit blummi training erreicht ich zeige euch jetzt vor ihr müsst es nachmachen ohne dem geht es nicht also es geht nur mit regelmäßigem training ja ist jetzt aber möglich könnt ihr hier übers internet übers handy könnt ihr das sehen über den computer könnte das sehen über tablet könnt ihr das sehen ja das ist ein abosystem also ihr zahlt fürs halbe jahr 30 euro das sind was ist das im monat fünf euro und wenn ihr täglich übt knappe siebsten cent ja so ungefähr könnt euch das vorstellen so als würdet ihr zu mir zum kurs kommen gleichzeitig könnt ihr wenn ihr bei facebook angemeldet zeit in eine geschlossene facebook gruppe blummi training hineinkommen und da könnt ihr euch untereinander austauschen wie es euch gefällt oder was ihr gerne noch besser hätte und ich beantworte dann fragen oder gebe ab und zu auch tipps also ganz exklusiv nur für abonnenten wer jetzt aus diesen einzelnen kategorien also was gibt es für kategorien da habt ihr für die augen und für die kopfhaut für mund kinn und hals dann für die durchblutung für die verdauung ganzen körper mal so ja dann meine beliebten tänze und natürlich auch fürs gehirn gehirn jogging ja also wie gesagt den gesamten prozess alle einzelnen teile können trainiert werden und sollten trainiert werden wenn man diesen gummiball artigen körper geist und seele behalten will so wer jetzt sagt auch das ist mir aber so schwer weiß nicht genau nämlich die oder nämlich die da habe ich jetzt schon mal zwölf kurse a 45 minuten vorbereitet zu den unterschiedlichsten themen also auch schon mal für die augen für sehen ja sehkraft stärken oder durchblutung anregen oder mund kinn hals ja den rücken kräftigen balance halten ja mobil und stabil bleiben also da macht ihr dann einfach nur diesen kurs an steht ja alles genau drauf und dann klickt er nur auf weiter 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 die nächste übung die nächste übung machte das so wie in meinen kursen ich zeige euch das und wenn der kurs zu ende ist dann verabschiede ich euch aber jetzt begrüße ich euch erstmal und freue mich euch diesen blumi online kurs training blumi training online kurs präsentieren zu können klickt einfach auf den button hier unten ja und dann fangt ihr einfach an wer also diese übungen noch gar nicht kennt für den gibt es drei übungen also für alle gibt es drei übungen gratis kommt einfach mal was ihr so alles kriegen könnt welche übungen alles mit drin sind und da ist angezeigt dies könnt ihr euch gratis anschauen das auch und das auch das ist einmal blinzeln und einmal arme drücken also handrücken drücken und einmal blumies schwingender organtanz macht das einfach mal und wenn euch das gefällt dann seht ihr was ihr so alles noch bekommen könnt und macht einfach mit ich meine was habt ihr zu verlieren außer euer alter es gibt schon sehr sehr viele online angebote für junge leute fitness also auch muskeln kräftigen ja schöne taille schaffen oder so das braucht man so ab 40 45 er nicht mehr so sehr da geht es um andere prozesse und die habe ich mit meinen übungen alle gut bedient schöne straffe wangen zu bekommen mit den augen gut sehen zu können einen schönen hals zu behalten die hände noch gut bewegen zu können die füße noch gut bewegen zu können ja schöne verdauung zu haben gut herzschlag zu haben ja guten rhythmus gute atmung alle diese übungen sind mit dabei ich freue mich euch begrüßen zu können und verbleibe eure verjüngungstrainerin uta baranowski wir sehen uns wieder in dem in der facebook gruppe bis gleich bis zum nächsten gewoon an jesine 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 w jesine 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 Untertitelung des ZDF, 2020